Es war einmal vor langer, langer Zeit, fern von hier, im farbenprächtigen Orient, eine Schafsfrau namens Minosch. Viele hielten Minosch für eine starke und hübsche Schafsmama. Ich weiß, Schatz, im Krankenhaus war die Hölle los. Doch auch sie hatte ihre Sorgen und Ängste. Wie jede andere Schafsmama auch. Wer von euch will als Erster? Wo ist John? Deine Mutter ist eine Nutte. Ich bringe sie um. John, kann ich mit dir reden? Du hast mir eine Mutter genommen, du Fotze! Wir gehen beide ja nicht mehr nach Hause. Plötzlich stand sie ganz nackt da, doch sie wusste, dass sie sich nicht schämen musste. Vielleicht ist es ganz gut, dass sie zwei erstmal bei deinem Vater sind. Da kann John runterkommen. Ihr bleiben noch lange? Ich habe Hunger. Das ist mir zu scharf. Du musst dich setzen. Du bist doch, mein Mann! Bist du eine Strafe vom Gott für meine Sünden? John kommt seit Wochen nur noch sporadisch zum Unterricht. Er ist so widerspenstig. Spinnst du? Aggressiv. Ich will nach Hause. Mein Schatz! Wir werden so nicht weitermachen. Wir werden neu anfangen. Ich bin erwachsen geworden. Märchen erzähl uns vorbei. Der Bastard von deinem Sohn hat mein Haus abgefackelt. Was? Was? Niemand muss dafür bezahlen. Mir reicht's. Du meinst, du bist erwachsen? Ich habe gedacht, deine Mutter zu töten. Aber ich konnte nicht. Ich reiße deinem Sohn so dermaßen den Arsch auf. Nein! Die Schafsmama konnte nicht mehr weiter, war aber glücklich, ihre beiden Lämpchen wohlbehütet zu Hause zu wissen. Die Schafsmama Na sie kennen wie doch gut sind. Die Schafsmama Die Schafsmama Also, die du fashioned computationGet hast du willst. Die Schafsmama